mit Stimmt, dass sie jetzt noch... Ein bisschen blöd aus. Die Außenregenden müssen ja. Das kann, glaube ich, erstmal so bleiben. Da kommt, glaube ich, noch ein paar Bäume hin. Das ist eine gute Raumaktion. Gut. Schwimmen muss ja auch noch üben. Ein Game-Mod. Ein Game-Mod 1. Hat man recht rumfliegen. Okay, Fenster sollen da wohl reinkommen. Die weißen Marmor. Ja, das ist... Da muss holt's. Das ist... So, ja. hoch, überall Fenster rein hier oben, wird ein helles Haus hier oben. Nicht durchfluten, durch die nicht durchflutete Halle, seien es wird Nacht, da ist dann natürlich nicht so viel Licht, was fluten kann. Zoom. Fenster für Fenster. Da müssen fast weniger werden, so können wir hier später noch zubauen. Das ist gar nicht das Problem in Minecraft. Ok, hier außenrum auch, macht ja Sinn. Zoom. 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 Zoom.